F1 Ich bin diesmal hochgesprungen, der geht eigentlich, nur danach ist es ein bisschen sketchy Du musst direkt die Links rein hacken Was Wo bist denn du gerade lang gefahren? Volle Krame Ja, aber wohin, dass du von der Line auf die Line gehst? Von der? Da hoch? Ich sehe es, ja Also links halten beim Drop Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020